Hallo zusammen, nachdem wir uns das letzte Mal entschieden haben, welche Knochen wir jetzt genau nehmen wollen, packen wir jetzt ein bisschen was auf die Knochen drauf. Um genau zu sein, packen wir ein paar Muckis drauf und pumpen ein bisschen Blut rein. Und um weniger metaphorisch zu sein, wir befassen uns heute mit den verschiedenen Arten von Lebenspunkten und mit ein paar Kampfsystemen. Die erste und einfachste Art, seine Lebenspunkte zu messen, sind die guten alten Lebenspunkte. Hierbei hat man eine fiktive Zahl, meinetwegen in diesem Fall 50, die die maximale Gesundheit eines Charakters darstellt. Und desto weiter die Schleife nach unten geht, desto niedriger wird logischerweise die Zahl. Ist die Zahl bei 0 angekommen, stirbt der Charakter entweder oder wird aus dem Kampf genommen, bis ihm seine Kameraden helfen. So oder so, er kann nichts mehr machen. Die zweite Art von Lebenspunkten ist das, was ich mal als Zonensystem bezeichnen möchte. Das haben wir unter anderem in Savage Worlds und Vampire the Masquerade. In diesem System hat man nicht einfach irgendeine fiktive Zahl, die runtergerechnet wird bis 0, sondern jeder Charakter hat dieselbe Anzahl an Lebenspunkten, in der Regel recht wenige Lebenspunkte. Und die Lebenspunkte sind eingeteilt in verschiedene Zonen. Das geht von unverletzt bis hin zu tödlich verletzt oder sterbend. Das heißt, desto schwerer der Charakter verletzt wird, desto niedriger ist die Stufe. Beziehungsweise desto höher ist die Stufe der Verwundung oder niedriger die Stufe der Gesundheit. Je nachdem, wie man es haben will. Das heißt, wenn bei unserem schönen System hier ein Charakter meinetwegen 7 oder 8 Schandspunkte bekommen hat, gilt er als schwer verletzt. Und in der Regel hängen in jeder Zone gewisse Mali, also Nachteile bei. Wenn zum Beispiel jemand leicht verletzt ist, könnte man kleine Mali, von meinetwegen Minus 1 auf jede Probe machen. Und bei den schlimmeren Sachen, wie tödlich verletzt, was in der Spielwelt sowas wäre, wie dein Bauch ist aufgeschlitzt und deine Organe quellen langsam raus. Solche Sachen nach sich ziehen würde, wie du darfst dich nicht mehr bewegen. Oder du kannst nicht mehr angreifen. Bei schwer verletzt würden dann schon meinetwegen schwere Angriffe rausfallen und so weiter und so weiter. Das heißt, hier verliert man nicht einfach irgendwelche fiktiven Punkte, bis man irgendwann dann bei Null ist, sich hinlegt und wartet, bis die Kumpel kommen und einem wieder hochhelfen. Sondern hier hat Schaden wirklich eine große Auswirkung. Wenn man jetzt noch ein wenig Gehirnschmalz zusammenkratzen kann, könnte man auf die Idee kommen, beide Systeme zu verbinden. Das heißt, man hätte zum einen die obskure Zahl, die halt von Charakterklasse zu Charakterklasse stark schwanken kann. Wenn wir beispielsweise mal Advanced Dungeons & Dragons nehmen, haben da Magier so einen Lebenspunkt bis vier Lebenspunkte, während die meisten Krieger so im Bereich von 16 und mehr rumdümpeln. Diese verschiedenen Lebenspunkte sind halt Aussagekraft über die Konstitution des Charakters. Magier sind kleine Nerds mit spitzen Hüten, die den ganzen Tag in irgendwelchen Bibliotheken rumsitzen und Bücher lesen. Und Krieger sind die Typen in strahlender Rüstung oder bald Lederharnisch, je nachdem wie reich man ist, die mit großen schweren Schwertern in der Gegend rumhauen. Da ist es klar, dass Krieger eigentlich mehr Lebenspunkte haben sollten. Diese Lebenspunkte werden dann zum Beispiel prozentual in die verschiedenen Zonen eingeteilt, des Zonensystems von Vampire, The Masquerade oder Savage Worlds. Man muss nicht unbedingt die Zonen nehmen, aber es ist ganz nützlich, wenn man irgendwo klauen kann. Wie gesagt, klauen ist immer gut bei Rollenspielen. Das heißt, wir hatten meinetwegen bei 100% der Lebenspunkte den Status unverletzt, ab 95% meinetwegen leicht verletzt, ab 40-50% sollte so langsam das Schwerverletzt einsetzen, ab 10% dann meinetwegen tödlich verletzt und bei 0% sterben oder 1% 0% sterbend. Das kann man natürlich ausbalancieren, wie man will. Es ist nur halt immer interessant, damit ein wenig die Vorzüge von beidem zu nehmen und zu gucken, was draus wird. Denkt immer dran, wenn ihr euch was ausdenkt, das total cool aussieht und am Ende merkt ihr dann, oh, das geht doch nicht, weil sobald dann die Krieger gemerkt haben, ich hau dem Goblin mit der Keule auf den Kopf, dann geht er wegen den Prozentdingern in den Schwerverletzt-Modus und kann sich kaum noch bewegen und dann kann ich zum nächsten gehen. Dann könnt ihr immer noch sagen, gut, das ändere ich dann nachher ab. Wie gesagt, ihr kriegt hier am Ende eine sehr rohe Beta-Version. Wenn ihr das ab und zu dann testet und das verbessert, was schlecht ist, dann wird das alles was. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir Lebenspunkte darstellen können, kommen wir zum anderen wichtigen Punkt. Wie können wir Lebenspunkte effektiv vermindern? Also auf und weiter zum Kampfsystem. Fangen wir mit der Großmutter aller Kampfsysteme aus der Großmutter aller Rollenspiele an. Dungeons & Dragons. Hier gibt es im Grunde vier Schritte. Der erste Schritt ist, man würfelt auf Hit. Das bedeutet, man würft einen W20, um festzustellen, wie wahrscheinlich es ist, dass man den gegenüber trifft. Dazu kommen in der Regel zum Würfelergebnis noch einige Modifikatoren. Also die Stärke, die Genauigkeit, Sondereffekte und so weiter. Nehmen wir mal ein Verhalt-Alper an. Wir haben eine 16 gewürfelt. Diese 16 wird dann mit dem Rüstungswert unseres Ziels verglichen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Angriff trifft, wenn der Angriffswurf höher ist. In diesem Fall sollten alle Modifikatoren ein Plus auf das Würfelergebnis geben und alle Rüstungen ein Plus auf den Rüstungswert geben. Oder man kann es so machen wie in Advanced Dungeons & Dragons, dass alle Modifikatoren das Würfelergebnis senken und dass alle Rüstungsteile den Rüstungswert senken. So oder so, er sollte beides in dieselbe Richtung gehen, damit man das vernünftig vergleichen kann. In diesem Fall sagen wir einfach, der höhere Wert gewinnt und das wäre somit unsere 16. Danach kommt der Wurf auf den Schaden. Der Schaden wird durch die Waffe bestimmt. Nehmen wir mal einfach an, wir haben einen Breitschwert, das heißt, es wäre ein W8er und ein Bonus von 2. Das heißt, wir würfeln eine 7, rechnen die zwei dazu und haben somit eine 9. Das heißt, unser Gegenüber bekommt 9 Schaden. Wie ihr seht, wird hier der Zielwurf, also der Wurf auf Hit, mit dem Rüstungswert unseres Gegenübers verglichen. Und dann wird der erwürfelte Schaden direkt von den Lebenspunkten des Gegners abgerechnet. Es ist einfach, es ist schnell und wenn ihr ein Rüstungsmonster habt, habt ihr manchmal echt Spaß beim Spielen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Kampfsystem. Kommen wir zu einem etwa genauso einfachen, aber etwas, ich sag mal, zufälligerem System. Das System, das in Vampire the Masquerade benutzt wird. Hierbei haben wir nur drei Schritte, die aber mehr Würfeln erfordern. Der erste Schritt wäre im Grunde, ich greife an und würfel auf Geschick und eine Kampffähigkeit. Das heißt, meinetwegen Geschick und Nahkampf gegen einen Wert von, ich glaube, das war 7 als Standardwert. Das heißt, jeder Wurf, der eine 7 ist, gilt als Erfolg. Ich brauche mindestens einen Wurf, um zu treffen. Und alle weiteren Erfolge, sagen wir mal, ich habe drei Erfolge. Einer wird zum Treffen verwendet und die übrigen zwei kriege ich als Bonuswürfel für den nächsten Schritt. Dieser Schritt wäre nämlich mein Schadenswurf gegen den Absorbationswurf des Gegenüber. Das heißt, ich würfel meine Angriffserfolge plus meine Stärke plus eventuelle Boni, zum Beispiel durch die Waffe oder durch besondere Talente und das Angriffsziel würfelt auf seine Stamina. Das wäre Ausdauer, wenn ich mich gerade nicht irre und mein Englisch nicht ganz eingerostet ist. Das heißt, natürlich, desto besser ich getroffen habe, desto mehr Extrawürfel habe ich und desto höher ist meine Chance, Erfolge zu würfeln und desto wahrscheinlicher ist es, dass ich Schaden mache. Sagen wir mal, ich habe drei Würfel, mein Gegenüber hat zwei Würfel. Ich habe drei Erfolge, er hat einen Erfolg. Wir würfeln beide gegen eine Schwierigkeit. Und das heißt, dass ich zwei Schadenspunkte zufüge, weil er einen der drei Erfolge negieren kann. Somit füge ich zwei Schadenspunkte zu. Das mag nicht ganz so viel klingen, aber denkt daran, Vampire hat das Stufensystem. Da können zwei Lebenspunkte schon ganz schön was ausmachen. Nach den alten Hasen des Systems, Vampire und D&D, kommen wir jetzt zu etwas ein wenig neuerem, Savage Worlds. Bei Savage Worlds starten wir, wie gewohnt, mit einem Wurf auf die Strefferwahrscheinlichkeit. Allerdings kann man bei diesem Hitwurf eine kleine Auswahl an Würfel ziehen, weil man natürlich, je nachdem wie gut das Nahkampftalent ist, man einen anderen Würfel nehmen muss, als der Nebenmann oder der Gegenüber. Nehmen wir einfach an, wir nehmen einen W8. Wir würfeln und oh Wunder, wir haben eine 6. Diese 6 wird mit dem Paradewert des Gegners abgeglichen. Der Paradewert ist übrigens statisch. Das wäre die Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu treffen. Nehmen wir einfach an, unsere 6 wäre höher als die 5 des Gegenübers, also treffen wir. Danach dürfen wir auf Schaden würfeln. Beim Schaden kommen wieder ein paar mehr Würfel zusammen, die sogar addiert werden dürfen. Das können Bonuswürfel sein, das ist glaube ich sogar noch die Stärke und die Waffenart. Ich weiß es nicht genau, ich habe Savage Worlds noch nie gespielt, aber ich glaube, irgendwas in der Richtung war das. Wer genere Sachen wissen will, kann sich gerne an Frank Vogt, Erschaffer der Butter und Meister aller Dinge wenden. Und während ihr das macht, erzähle ich ein wenig weiter. Wir haben also unseren Schadenswurf von 10 und den verrechnen wir mit dem Rüstungswert unseres Gegners. Das heißt, wir haben getroffen, haben Schaden zugefügt und jetzt gucken wir, wie viel die Rüstung davon abfängt. Also rechnen wir 10 minus 8 ist 2. Das heißt, wir fügen zwei Schadenspunkte zu. Ihr merkt, das System hat ein paar mehr Stufen, obwohl es nur zwei Würfelwürfe hat. Genauso wie Dungeons & Dragons. Wirkt aber etwas realistischer. Das finde ich zumindest. Man kann sich jetzt streiten, welches System das bessere ist. Ihr könnt an allen Systemen rumbasteln, wie ihr wollt. Ihr macht euer eigenes System. Aber das sind die drei Grundarten, die ich euch vorschlagen wollte, weil sie meiner Meinung nach wirklich gut und dynamisch funktionieren. Etwas wie DSA braucht ihr Neulingen nicht vorsetzen und braucht ihr eigentlich in euer System auch nicht mit einbauen. Wenn ihr schnelle, actionvoll gepackte Kämpfe wollt, dann sind drei Würfe, um zu treffen und dann noch hier rechnen und da Punkte abziehen und hier Resistenzen nicht so ganz das wahre. Wenn da noch Sonderregeln rankommen, wie Kampf mit vier Armen, Schweife und Trefferzonen, dann kommt es auch schon mal vor, dass sich neue Spiele einen Strick nehmen und lustig von den Decken baumeln. Das heißt, die drei Systeme, die ihr jetzt kennt, sind schnell, einfach und für alle Anfänger nach fünf Minuten leicht verständlich. Ihr merkt, das waren sehr grundlegende Erklärungen der Systeme. Auf Sonderregeln wie wie kämpft eine Kreatur mit vier Armen oder mit sechs Armen, welche Schadensresistenzen gibt es, welche Boni benutze ich für besondere Waffenarten, gibt es Boni und Mali für bestimmte Waffen in bestimmten Umgebungen, gibt es Positionsvorteile, wenn ich höher und niedriger stehe als der Gegner und so weiter. Das alles braucht ihr im Grunde für ein einfaches Kampfsystem nicht. Es ist das Fleisch in der Suppe, es ist wirklich interessant, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt erstmal ein sehr einfaches Kampfsystem bauen, wenn ihr beim nächsten Mal das Magiesystem mitnehmt, habt ihr im Grunde schon ein komplettes Gebilde für ein Rollenspiel fertig. Und ihr könnt anfangen zu spielen. Wenn dann die Kämpfe mehr und mehr zum Fokus werden und komplexer werden, dann könnt ihr auch noch besondere Sachen mit reinbringen. Wenn irgendjemand eine vierarmige Echsenkreatur von Gibula spielen will, dann könnt ihr euch überlegen, wie würde eine vierarmige Kreatur kämpfen. Aber alles in allem kommt ihr mit dem, was ihr jetzt eigentlich wisst, recht gut klar. Wie schon erwähnt, beim nächsten Mal geht es um das Magiesystem und dann können wir mit den Details starten. Wenn ihr noch irgendwas Besonderes wissen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Kommentare werden mal allgemein ganz nett. Okay, bevor ich jetzt wieder anfange zu meckern, wenn ihr irgendwas Besonderes wissen wollt, was erklärt haben wollt, irgendwo nachfragen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen für mehr Videos habt, schreibt mir eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare, Kanal, Kommentare, was auch immer. Wirklich, ich möchte mit euch zusammen hier was reißen und dazu brauche ich natürlich auch euer Feedback. Wenn ich hier nur Mist labere und mir keiner zuhört, bringt das niemandem was. Also, nachdem wir das jetzt soweit geklärt haben, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.